Displayschutz, der die Farben trübt, ist längst von gestern. Die Displayschutzfolie Golebo Crystal setzt ab heute neue Maßstäbe. Die kristallklare, praktisch unsichtbare Folienoberfläche schützt Ihr Display optimal vor äußeren Beschädigungen, ohne die Brillanz des Displays zu trüben. Und das Anbringen der Folie ist dabei ganz einfach. Zuerst Passform prüfen, Display reinigen, Trägerfolie halb abziehen, mit der klebenden Seite anlegen. Den Rest der Trägerfolie weiter abziehen. Die Folie mit einer beliebigen Plastikkarte festdrücken und kleinere Lufteinschlüsse leicht zum Rand hin ausstreichen. Fertig. Die Folie kann jederzeit rückstandsfrei entfernt werden. Die Displayschutzfolie Golebo Crystal schützt Ihr Display perfekt vor Kratzern, ohne dabei Farben und Kontrast zu trüben und das bei all Ihren Geräten. Die Folie kann jederzeit rückstandsfrei entfernt werden.